So, es war noch pur, wir haben noch Zeit für einen ganz neuen Song. Dann ziehen wir uns zurück, wie gesagt, wir haben ein Meet & Greet mit einfach Leuten, die das gewonnen haben. Wir haben oben schon alles vorbereitet, die Kaderobe ein bisschen geheizt, der Champagner ist gekühlt, der Bedeutung ist schon ausgerichtet. Das heißt, wir werden nach dieser kleinen Pause nochmal zu euch zurückkommen. Es wäre schön, wenn ihr dann noch da seid, denn die besten Songs, Freunde, haben wir auch für das letzte Set aufgespart. Deswegen fragen wir, wer ist beim letzten Set noch dabei? Das ist die Hälfte für uns heute. Ich guck, Freunde, wer ist dabei? Ja, toll, ihr könnt die Zeit ja überprüfen, noch ein bisschen einkaufen. Bei hier braucht man schweres Werkzeug zum einkaufen, aber die anderen da gucken noch auch noch bereit. Das heißt, guckt euch einfach ein bisschen um und dann seid rechtzeitig wieder hier am Start. Das ist unser letzter Song.